So. Oh, das steht Ihnen aber gut. Ist bequem? Ja, super. Sehr gut, jetzt machen wir noch so. Zack. Ich bin fertig. Hey, ja, toll, super. Sieht gut aus, oder? Wollen wir gehen mal zur Seite? Können wir jetzt gehen, Franzi? Ah, ich würde Ihnen gerne noch ein paar Schuhe zeigen. Darf ich fragen, was der Anlass ist? Beim Mittagessen. Okay, und welche Art von Veranstaltung ist das? Dann nimmt man ein Tablett und dann kommt da Kartoffeln drauf und Figadellen und Brokkoli und so und Soße und ich hasse Kartoffeln. Okay. Und ich hasse Kabele. Okay, ich weiß, was ein Mittagessen ist. Ich wollte bloß wissen, wo dieses Mittagessen stattfindet. Im Zentrum. Ah, im Zentrum, also eher städtisch. Urban chic? Sie meint ein Zentrum für Behinderte. Oh, oh, oh. Franzi, könnten wir bitte gehen? Ich bin doch nur durch die geile Glitter-Schuhe. Vigeline-Fischler, bitte. Haben Sie denn eine finanzielle Obergrenze? Sehen wir aus, als hätten wir Geldprobleme? Julius, ich muss jetzt in die Schweiz mein Schwarzgeld holen. Das Finanzamt sitzt mir im Nacken. Hallo? Hallo? Ja, hören Sie mich jetzt besser? Die Internetverbindung ist wirklich eine Zumutung. Es ist eine Reha. Sie sind seit drei Monaten Querschnitt gelähmt. Und der WLAN ist Ihr größtes Problem. Ich wäre auch bereit, mehr zu zahlen. Anscheinend sind Sie nicht nur gehbehindert. Von hier bis nach Zürich. Sind das noch nur zwei Stunden? Mann, ich kann doch nicht mal alleine scheißen. Wie soll ich denn 1,2 Millionen schmuggeln? Kamelreiten? Kameltherapie. Warum muss es denn in der Schweiz sein? Julius, die Idee ist genial. Keine saukontrollierten Bus voller Behinderte. Wir sind die geilste Behinderstruppe, die jemals existiert hat. Ich bin schick. Machen wir so. Machen wir keinen Stress. Ich krieg Glamour. Wichtig sind die inneren Werte. Ich scheiß auf innere Werte. Kannst du bitte dein blindes Zeichen abnehmen? Was machst du denn? Ich fahr auf Kontakt. Sag mal, fährst du so, weil du blind bist oder besoffen? Gib das sofort wieder. Kriegst gar nichts von mir. Müsst du das Geld woanders anbringen? Geht's noch? Du wolltest nur ein Schmuggelauto? Nein, so ist es nicht. Laura. Entschuldigung, aber wir sind viel behinderter. Ich hasse Kamed. Franzine, dranne! Scheiß auf die Avengers. Scheiß aufs A-Team. Wir sind die Goldfische. Vicky! Was ist weg? Warte, ich bin in der Verfickter-Purbelzeit! Ihren Führerschein hätte ich gern mal gesehen. Hören Sie mal zu, Herr. Wie heißen Sie überhaupt? Sie haben sich überhaupt nicht vorgestellt. Mein Name steht hier auf dem Schild. Ja? Sehe ich, aber wie spricht man's aus, hm? Müller?